Tempo bitte! Keine Trönelei! Ein Fokus! Er geht nicht mehr! Sein Fokus ist deaktiviert. Der Rest liegt an dir. Ich schaff das schon. Da kommt Raub raus. Und das wohl deine Schwachpunkte sind? Ich schaff das schon. Ich schaff das schon. Ich schaff das schon. Ich schaff das schon. Sie ist da entlang. Hat sich schon mal jemand die Leiche hier angesehen? Hier liegt einer. Ich schaff das schon. 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 Geschafft. Die Dinger haben es in sich. Okay. Dieser Eclipse-Offizier hatte einen Fokus. Mal sehen, was da drauf ist. Mal sehen, was du zu sagen hast. Was? Was ist das? Die Einheit lebt. Unakzeptabel. Unakzeptabel. Was zur Hölle war das? Hades? Hey! Geheimnisvoller Fremder! Hast du das gesehen? Keine Antwort, hm? Typisch. Es wird immer merkwürdiger. Ich muss irgendwie in den Turm kommen. Ich bin jetzt nicht nur noch. Es wird immer noch ein paar Körfer. Es wird immer noch ein paar Körferen gehalten. Eins ist nicht nur noch ein paar Körferen. Wir sind nicht nur noch ein paar Körferen. Wir sind nicht nur noch ein paar Körferen. Das war's für heute. 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 Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Guten Tag, Dr. Somek. Bitte, treten Sie ein.